Tänk Trap Kit nenne ich jetzt nicht mit, das ist ja voll lächerlich. Wieso kann ich das jetzt auf einmal machen und sonst nicht? Hier auf dem Dach liegen zwei Bloodbags. Reifen da rein. Zwei Bloodbags? Mhm. Oh, irgendwas, ich habe eine E-Mail bekommen. Ach, noch denn. Also du hast Bloodbags gefunden, ja? Mhm, weil im Krankenhaus war nix. Die waren auf dem Dach. Na gut. Ist ja nicht so schlimm, wo die liegen, sondern Hauptsache wir haben welche. Ich packe jetzt noch kurz den zweiten Reifen in... Bist du gerade an der Polizeistation entlang gelaufen? Nein. Weiß nicht, da ist auf jeden Fall ein Zombie lang entlang gelaufen. Gelaufen? Mhm. Scheiße. Da ist einer auf dem Fahrrad, Alter. Ja? Ja, da ist einer auf dem Fahrrad. Scheiße, ja und dann... Ein Bandit. Logitech ist das. Logitech, versteck dich vor dem Alter. Wo ist der ungefähr, auf welcher Höhe? Der ist, ähm... Also ich bin hier bei diesen Hochhäusern, weißt du? Dieses Civilians. Aber schon in, ähm... Mitrovica. Ja, ja. Habe ich keine Pan-Killers mehr, na scheiße. Ich kann halt auch nicht zielen, weil ich... Fuck. Scheiße. Hat er dich bemerkt? Weiß ich nicht. Der Zombie ist auf jeden Fall die Straße runtergelaufen. Ich kann nichts zielen und nix. Der ist bestimmt an der Feuerwache. Dann wird er auch hier hinkommen, wo ich gerade bin und den Helikopter checken wahrscheinlich. Ne, die Feuerwache ist eigentlich bei mir. Ja, aber wenn der hier schon looten geht, dann wird er hier auch alles nachgucken. Aber du kannst ja im Heli doch fliegen, oder? Ne, der ist ja leer. Kein Benzin drin. Gehst du gerade tanken? Nein, ich bin oben auf dem Dach beim Heli. Geht's zur Feuerwache. Geht's zur Feuerwache. Ist komplett leer. Scheiße. Versuch ihn abzuknallen, wenn das geht. Du versuchst ihn abzuknallen? Achso. Ja, ja, klar. Wir versuchen generell ihn abzuknallen, wenn's geht. Aber nicht, wenn der gerade durch die Gegend läuft, sondern wenn der gerade irgendwo steht, wenn du ihm sicher einen Hedge hat verpassen kannst. Ja, der saß auf dem Fahrrad, aber zwischen mir und dem war ein Zaun, weißt du? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Deswegen war er straight weg daran. Also erhöhte vorsichtig geboten. Schausten. Schraubchen. Ich weiß nicht. Schraubchen. Schraubchen. Ich bin die 36 Magazin. Nimm das mit. Das kann ich benutzen. Schön Heli. Schön Heli. Ja. Schon wieder die NPCs. Ja. Ist jetzt der ersten Punkt zum tanken. Kommst du mit? Gehen wir jetzt zu den Baracken von den Militärs. Tanken auf. Gucken ob wir genug Sprit bekommen um den Heli zu bewegen. Ja. 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 ich bin jetzt gerade im supermarkt drin hier liegt nämlich vor der staff 2 mega viele cola dosen aber nix zu essen ich bräuchte auch da ist was zu essen hubschrauber wo bist du jetzt und ich hab zwei m 67 frank gemeldet noch mehr zu saufen ich bin der polizeistation übrigens ich habe ja noch eine volle jerry kennt und ich werde mich jetzt wieder richtig und links gegeben eine lagerhalle ane ich habe ja gar keine volle jerry kann man ist ja leer genau wird mir eigentlich auch dahin bist du schon wie weit bist du schon fast da hat er nicht was da aus der ortschaft raus ja dann gehe ich glaube ich besser doch einfach dahin oder wie viele jerry kannst du denn wohin ich habe vier stück ja das reicht um zur tanke zu fliegen das war noch nicht mal ich wollte auch den den hafen checken ob da noch was irgendwas ist oder was man sich wollen kann wie weit die tanke nur weg ist 140 meter aber ich muss halt ultra vorsichtig sein damit die zombies nicht mitmacht bekommen das sind wieder so viele zombies alter bestimmt eine sehe ich schon mal zwei drei aber wie langsam ich hier schleichen muss ich habe vier jerry keins befüllt ich komme jetzt zurück prima wo bist du? ich bin jetzt am heli der hat ja gerade die leiter hoch gut was hatte dieser logitech für einen skin? er war bandit mit dem tuch ist das ne? ja aber das war hier stand halt bandit ich weiß nicht also es wird wohl den bandit skin sein mit dem tuch ja hm 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 map wo muss ich denn überhaupt hin? hier oben hin 300 meter 300 meter wir fliegen aber nicht beide zusammen ne? logitech was killed bei unknown bei unknown using unknown jetzt wahrscheinlich ein mpv mpc oder nicht hm was stand da? using weapon? irgendwas? ja m200 m20 irgendwas hast du hier schüsse gehört? ne haben wir das nicht in der nähe gott sei dank ich hätte nämlich auch keiner gehört vielleicht hat der auf die helis geschossen ja und vielleicht haben die dann zurück geschossen das sind ein m249er glaube ich ach fick dich doch du scheiße zombie aber vielleicht spawnt er ja hier wieder weißt was ich meine? ja ich mach mit dem arm schnellen brot während du da eh noch am du laufen bist ich hab nochmal scrap metal gefunden wir können den Hufrauber jetzt komplett reparieren ja optimal peter ja das ist echt optimal mum ja das ist echt optimal mum ok